Ist das alles, was es von den wilden Kerlen noch gibt? Wie hoch habt ihr gegen die Nationalmannschaft verloren? 25 zu 1. Das tut mir echt leid, Leon. Na komm schon, Leon. Ich weiß, dass du da bist. Ich rieche dich. Ich rieche die Angst. Hey, hey, bist du es wirklich? Was wollt ihr von mir? Wir? Oh, wir wollen das. Los, schau sie dir an. Erkennst du sie wieder? Wir haben sie alle besiegt. Wir haben sie auf den Mond geschossen. Und die einzigen, die dort noch fehlen, seid ihr. Du fährst da noch, Leon. Fabi? Aber du kannst doch das unterschreiben. Hiermit erkläre ich die biestigen Biester. Zur wildesten Fußballmannschaft der Welt. Na komm schon. Das ist das Einfachste. Dann ist alles vorbei. Dann musst du dich nie mehr verstecken. Halt! Hör sie nicht an! Wir verstecken uns nicht. Nicht, solange ich, Leas, der so eine Hexe, von Bogenhausen, den Seinfall Flugvolley beherrsche. Und zwar in den Winkel. Sag das deinen Biestern. Und sag ihnen noch was. Wir schießen sie nicht auf den Mond. Wir schießen euch sofort in die Hölle. Dafür legst du deine Beine ins Feuer. Du hast es geschnallt. Und wir legen sie dann auf den Grill. in vier Tagen bei uns in der Natternhöhle. Ich freu mich schon. beim Stecken und Funkeln im Drahtenschleim. Wir schießen uns gerne bei uns, beim Stecken und Funkeln. Vielen Dank.